Küche, Küche Ich muss wieder zugeben Ich habe sehr lange nicht mehr gespielt Deswegen Muss ich halt ein bisschen gucken Was ich alles so machen kann Was ich alles so gemacht habe Ich glaube in den letzten Folgen Haben wir Boah ich muss mit dem Tier was machen In den letzten Folgen Haben wir glaube ich Ähm Haben wir Genau, haben wir im Neta Portale gebaut Und War nicht so erfolgreich War schön Übrigens Soll ich das erzählen? Muss ich das erzählen? Brauche ich das erzählen? Es kann sein, dass es in den Nächsten Sagen wir mal 10, 20 Folgen Vielleicht Äh Ein bisschen besser hier aussieht Grafisch Weil Ich kriege einen neuen Rechner Der dann deutlich stärker ist Als mein ja jetzt Und äh Mal sehen wie es sich dann auf Minecraft auswirkt Ich Ich Hab da so zwar meine Zweifel Aber Ja Vielleicht Wird es halt dadurch besser aussehen Mal gucken Auf jeden Fall Wird sich dann grafisch einiges ändern So und jetzt möchte ich mal kurz gucken Was kann ich denn so alles machen? Was will ich denn alles machen? Ich würde gerne hier in unserer Gegend halt einiges Besser machen Ich würde zum Beispiel Keinen Augenblick Alles leer Alles leer Wir haben Haben wir Wir haben keine Axt Wir haben keine Rüstung Unsere komplette Rüstung ist weg Wow Was ist das? Äh? Egal Nein Wir müssen Da längst Ich mach jetzt mal Ein paar Äxte Ein paar Spitzhacken Ein paar Schaufeln Dann reißen wir mal das hier ab Weil Ist kacka Ich will das hier anders machen Oh schön Ich mag Minecraft Besonders live in so gut Ich hab ja immer noch Mein Hatsunemiko Ähm Scan Das ist Oh Hä? Hä? Ähm Ich hab irgendeine Steuerung von irgendeinem Spiel Gerade Äh Oh Ich wollte gerade meine Mausplatte Ein bisschen verschieben Darüber habe ich nur die Maus verschoben Ähm Warte mal Irgendwas Ist hier gerade Ganz blöd So Entschuldigung Alter Irgendwie ist es hier gerade richtig blöd Entschuldigung So Wir haben hier Hausküche Die Baumschule Die Baumschule muss ich auch fertig Machen Ich würde gerne hier Ein paar Sachen hier von Ähm Tierfarben Haben wir die schon fertig Oder Ne Die haben wir noch nicht fertig Das Dach zum Beispiel fehlt noch So Jetzt erst mal Eins Zwei Machen wir mal Drei Spitzhacken Ja Ja Das war hier Ordentlich Spitzhacken Äh Hier Aber Ganz ehrlich Ähm Wir müssen die auch mal ein bisschen schonen Und so weiter So Das kommt da Weißer wolle Oh Irgendwas wollten wir machen Weißer wolle Verdammt Was wollten wir Oh Irgendwas wollten Ich glaube wir wollten eine Reise machen Kann das sein Oh je Ich weiß nicht mehr was wir in der letzten Folge gemacht hatten Ich hatte ehrlich gesagt in der letzten Zeit keine Lust Ähm Auf minecraft Deswegen Ja Boah Schön Die Musik ist so schön Nein Du bleibst da So In den grünen Rucksack Hier haben wir sogar noch einige Sachen Aber Keine Werkzeuge Von daher ist es Ganz gut Hier packen wir Das Zeug rein Oh Wir haben hier noch Das packen wir auch Hier haben wir sogar noch Oh Wir haben alles Bereit gemacht Für Für ne Reise Verdammt Ja Falls ich ne Reise wirklich geplant habe Tut mir jetzt natürlich leid Dass wir jetzt was anderes machen Aber Oh Hallo Das Lager habe ich übrigens viel zu groß gemacht Und ich denke mal Wir werden das auch nicht mehr größer machen Also Die obere Etage zum Beispiel Die ja da Eigentlich geplant war Und auch die untere Etage Die lassen wir Übrigens das Ruckeln hier Also Dass es so nachzieht Ist denke ich mal Wenn ich den neuen Rechner habe Besser So Ne Daher wollen wir Denn Wir wollen jetzt Das Haus da abreißen Ich will jetzt nämlich hier ein bisschen vorankommen Auch den Weg will ich jetzt mal richtig machen Und so weiter Ich will mal alles schön machen hier Weil Mir gefällt das hier noch nicht so wirklich Das Glas Halbbarkeit Behutsamkeit Die packe ich mal Da hin Das ist natürlich praktisch Dass wir jetzt auch noch hier Dieses Resin bekommen Das war Behutsamkeit Deswegen Damit ich hier das ganze Glas Nicht Veräume Weil Wir haben hier schon Ordentlich Glas Gebaut Und es ist doch blöd Wenn wir das einfach nur zerstören La 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 Hey Dieses Häuschen hier Ist nämlich echt einfach nur Klobig und unschön Deswegen Es muss weg Hier machen wir Etwas gemütliches hin Vielleicht mit Unten im Keller Vielleicht so ein Nein kein Lager Dafür haben wir hier Das hier Na gut Vielleicht ein kleines Lager Aber Na doch Wir machen halt So ein Keller Lager Dann da hin Aber dann halt So ein schönes Keller Lager Nicht einfach nur so ein So ein hingeklatschtes Sondern halt so Weiß ich nicht Keine Ahnung Erst einmal das Dach Abmachen Das kann jetzt ein bisschen dauern Natürlich weiß ich Nicht genau Was ich denn da hin mache Das Haus übrigens Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen Ich weiß Das habe ich schon häufig gesagt Vielleicht aber Ich weiß immer noch nicht Was ich da hin machen will Ja 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 Ich kann hier einmal Zack Zeig Zeig mal Zeig mal Zeig mal Zeig mal Oh nein Oh nein Hier fliegt wieder eine Motte Moment Schade Nicht gekriegt Mistfähig Ich hasse Motten Jetzt habe ich sie Ich habe die Hand geschwürt Ich habe eine Motte in der Luft gefangen Ich bin ein Held Mit einer bloßen Hand Ja 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 Ich bin schade Jetzt einmal hier alles aufsammeln, weil es ist ja alles kostbar. Oh, kostbares Glas, kostbares Holz. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Meister Hopper. Oh, das war's. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Starbound. Oh, das ist das 20 Minuten Lied. Sorry. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Da-da-ba-ba-ba-bam! Da-da-ba-ba-ba-bam! Es wird dunkel. Oh nein, ich habe den Boden auch schon ausgekleidet. Ich habe den Boden ausgekleidet. Oh mein Gott. Pssst. Bienchen, steig dich. Was? Pssst. 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 Ja, ich höre ja schon auf. Pssst. 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 Pssst! Pssst. Pssst. Dank Tür. Ist aber freundlich. Hallo. Guten Morgen. So, einmal Holz und Glas. Das macht Spaß. Ich glaube, das war's. Ist hier unten was reingefallen. Sieht nicht danach aus. Schön alles einsammeln. Ist alles wertvoll. Ah, das Holz. Ruckel die Ruckel. Ruckel die Racke. Ich mach mal die Dynamic Lights aus. Irgendwie läuft das jetzt auf Flüsse. Ach, weg mich Minecraft. Kann ich denn jetzt nicht mehr... Ich kann dann nicht mehr... Ja gut, macht auch nichts. Oh. Schön mit dem Schwert verprügeln, ich weiß. Ist das Beste, was man machen kann. Juhu. Holz mit dem Schwert verprügeln. Das macht Spaß. Oh, ja. Das macht so viel Spaß. Oh, ja. Das macht so viel Spaß. Ich mach das erst mal so. Das Lied ist jetzt natürlich auch sehr leise. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Musik gerade so laut war. Ich entschuldige mich. Ich lass das jetzt erst mal so laufen. Stardew Valley. Oh, ich freue mich so auf den Multiplayer-Modus. Ah, das werde ich dann auf jeden Fall mit meinen Kollegen, Hähnchen, auf jeden Fall zocken. Let's play. Natürlich. Stell doch schon mal drauf ein. Hey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Martin. Oh, mein Gott. Warum habe ich eigentlich dieses Dreckshaus hier gebaut, häh? Dieser klägliche Versuch, der gescheitert ist. Musik Musik Spray он Das Ganze Piep, piep, piep Ah Chris Oh, oh, oh. Das ist auch hier alles. Und Achtung! Achso, ich habe das ausgekleidet, okay. Lalalalalalalalalala. Achso, okay. Oops. Okay. 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 Ich habe keine Ahnung, was das für ein Lied ist. Okay. 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 Ja. Okay. Jetzt habe ich alles mit. Okay, was du? Kappender-Dinge. Ich brauche Erde. Ist das hier auch Erde? Ja, das ist Erde. Alles Erde. Kappender... Treppen? Hab ich Treppen gesagt? Äh, Zäune. Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, wofür die Spitzhack da war. Star-Born. Hab ich eigentlich, äh, bei den Blöcken auch Holz? Oh. Ja, ja, ja. Wir packen einfach mal Holz hier rein. Ja, warte mal. Da ist Holz. Auf, äh, drei. Haha. Stopp. Muss ich das Holz nachher wieder rausholen? Auf drei hab ich dann Holz. Okay. Na, oah. Das war jetzt, äh, knapp. Nein. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. Nicht. Holz. Holz, Holz. Mal anständig hinsetzen hier. Boah. Boah. Das, 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 das. Und das mal hier reinpacken. Halt, stopp. Die kann ich eigentlich... ...hier reinpacken. Ach so. Ach, jetzt kommen die erst an. Boah. Boah. Was haben wir denn hier? Hier ist doch Erde, ne? Ja. Zwei. Wow. Hm. Hä? Oh Mann. Ja. Da. So. Was haben wir denn hier? Das hier ist, äh, große Erdziegel. So. Machen wir das einmal so. Erdziegel in Unordnung. Weiß mal in Ordnung. Mal kurz warten hier rauf. Mal kurz warten hier rauf. Junge. Ich bin Deutsch-Oberprofi. Junge. Na, na, na. Ich müsste die vielleicht mal schneller machen, wenn es geht. Auf der anderen Seite ist nix. Gut. So. Hier sind die Schlüssel. Weiter. Holz. Ich und mein Holz. Na, gute Nacht. So. Und das war's dann auch wieder für diese Folge. Alter, schon 31 Minuten aufgenommen. Krass. Also. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020